Wir sind hier heute die Moderatoren, sozusagen. SAA, Südrügen-Atzen, Südrügen-Allianz, SAA, Südrügen-TV, Südrügen-Atzen-TV. Ja, heute im Mystery-Match. Rappt heute Promo, ohne Tonstudio, wie gesagt. Ja, leider. Noch? Noch. Aber wir melden uns bei euch, wenn es sich ändern wird. Vielleicht auch immer. Nein, okay. So, wir fangen an. MC Kimmel, gib die Beat. Jo, jo, wir haben genug Zeit. Denk immer dran, jo. Ich geh dir immer zu lang noch zu MC Kimmel. Tag. Mahlzeit. Okay, tschüss. Okay, mach den Beat an MC Kimmel. Ich geh dir immer an den Weg, um mich entscheiden. Ich geh dir nicht in dir. Hey! Echo Brash. Du bist kein Ghetto-Chef. Du bist ein Hosensohn, der jede Schwuppe kriegt. Ich bin hier eingedickt. Ich fung flei in dein Kopf und rei, bis die Waffe klickt. Klick, klick, bam! Ich steig dir hin an der Wand. Auf einmal wurde er sich, worin der kleine Schwach verschmarrt. Du bist größte Schwuppe im Wind. Ich geh den Blick auf dich. Deine, dein Rap und dein Dillen sind der letzte Wind. Jo, damit du weißt, wer ich bin. Ich bin Müslü-Match. Deutschlandkreis. Prügenskranker Hatzel. Yeah! S-R-A. Der Hatz ist da. Wir bringen euer Ding. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Mann! Ja, das war's schon. Jetzt kommt noch MC Kimme. Wird sein Text. Wir fangen jetzt an. Okay, wir tauschen die Position. Und natürlich, mit dem einfach nur ein Beat. Äpfel, kommen wir? Ja, Mann. Okay. So, es kann losgehen. Auf eins, zwei, drei, und los. Schön laut, denkt er, noch nicht so wie Kevin. Ja, das war's. Jo, das war's. Jetzt mal. Also weiterfinden, aber ich bin Text. Ich hab zwar noch einen Text, aber der ist noch nicht ganz fertig. Natürlich. Brotus Worn braucht noch seinen Part. So schreck, alles fertig. Aber sonst, Brotus Worn, sein Part. Fehlt noch. Jo, den könnten wir eigentlich gleich noch machen. Fällt mir grad ein. Oder MC Kimme? Jo. Jo. Jo, dann mach ich jetzt mal auf Puss.